Freispruch 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 Mit Monika Reis Raum Da bin ich Te hoch Wenn mein Vater einen Autoführerschein gemacht hat Mitte 40 haben wir nicht mehr mit der Stile fahren müssen sondern einen Wocheend an das topplug gemacht mit dem Auto mit einem Käfer und mir ist aufgefallen, dass von mir weggefallen weint in der Früh aus Yers Wien Die sind auf der Südautobahn wenn wir heimgefahren sind, war wieder ein Stau. Und auf der anderen Straßenseite, in die Gegenrichtung, ist niemand gefahren. Und ich habe ihm Vater gesagt, warum fährt da so viel und tut so wenig? Und er hat gesagt, na, das ist klar, weil jetzt fahren alle aus der Stadt raus und am Abend fahren sie wieder in die Stadt rein, weil er morgen Montag ist. Und das, was ich gewusst habe, zu dem Zeitpunkt war, du musst immer auf der anderen Seite fahren. Falls du meine Arbeit zu schätzen weißt und mich unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über deinen Förderbeitrag. Den PP-Link findest du in der Beschreibung dieses Videos. Herzlichen Dank. Hallo liebe Zuseherin, hallo lieber Zuseher und die das noch werden wollen. Willkommen wieder einmal beim Format Freispruch. Das ist das Format für freie Geister und freie Rede. Und den Geist, den ich heute gerufen habe, ja, den habe ich besonders am Herzen. Ihr werdet gleich sehen, wer das ist. Er ist Schauspieler und zwar ein begnadeter Schauspieler, Kabarettist, Autor und Philosoph. Und zwar einer, der einen ziemlichen Weitblick hat und nicht nur Quatsch, sondern auch was tut. Schauen wir mal, wer das ist. Zack. Skalb! Halt du! Es geht ab! Gäh ab! Medid'sche Bein, destroyed in Sulze, im Wienerwald! Wendbruch! Na ja, frustrierend. Man sieht nur zwei Möglichkeiten, entweder du stummst irgendwann mal komplett auf, oder du schreibst irgendwann mal auf, und bei mir war es eigentlich ein schleichender Prozess und dann irgendwann mal war es eine woschichtete Depression. Wir sind wütend, weil wir endlich aufwachen, weil wir merken, dass wir als Bio-Roboter gehalten wurden und in Maschinen dienen. In Wirklichkeit sind wir freie Individuen, mit einem Geist und einer Seele und wir sind wirklich sehr, sehr wütend, und wir sind mehr, als ihr glaubts, und wir sind die, die nicht mehr unsere Stimmen in Urnen werfen werden, wir werden sie behalten, damit wir schreien können, wir sind wütend, wir sind wütend. Ich bin heute hier wieder angetreten, um das zu tun, was ich immer bei solchen Gelegenheiten mache, nicht das zu sagen, was ihr hören wollt und mich gerne bei euch unbeliebt zu machen, weil mein Weg, mein persönlicher ist ein bisschen ein anderer, ich habe das letztendlich gesagt, ich sage es jetzt wieder. Wir sind alle im Strom der Zeit gefangen, wir können das nicht ändern. Wir haben die Möglichkeit mitzuschwimmen mit dem Strom, weil es leicht und bequemer ist, wir haben die Möglichkeit gegen den Strom zu schwimmen, in der Hoffnung, dass dann der Strom sich denkt, naja, wenn da ein paar dagegen schwimmen, drehen wir doch die Laufrichtung ganz einfach um. Oder wir haben die Möglichkeit, und das ist mein persönlicher Weg, ans Ufer zu schwimmen und den Strom zu verlassen. Das heißt, sich manchen Dingen ganz einfach zu entziehen und nicht mitzumachen. Ja, da ist er ja schon, der Roland Thüringer. Grüß dich, Roland. Hallo, Monika. Servus. Servus. Freut mich wirklich sehr, dass du dir da die Zeit nimmst, etwas mit mir zu parlabern, zu plaudern. Gerne. Wie geht es dir? Gut, ich bin zufrieden. Ja, zufrieden ist immer so ein komischer Ausdruck für die meisten. Man erwartet, dass man ist glücklich oder ist alles super oder so. Ich bin zufrieden. Das heißt, ich habe gelernt mit dem, was es ist, zufrieden zu sein. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ja, es ist, jetzt bin ich gerade, es ist Fastenzeit noch, seit Ostermittwoch und bis Ostern tue ich ein bisschen Fasten. Merkt man eh wahrscheinlich, dass ich ein bisschen angenommen habe. Ja, 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 ja. Ja, ja, danke, ja. Nein, aber da tut sich was, weil da kommen Gifte aus dem Körper und das befreit ein bisschen und Belastungen sind dann weniger. Und das ist ein Prozess, in dem ich gerade drin bin und das mache ich ab und zu und das tut mir gut. Und ja, außerdem bin ich froh, dass es jetzt schon sehr warm ist und ich jetzt bald wieder Motorrad fahren werde. Ja, das ist ja ein großes Hobby von dir. Lieber Roland, du hast ja schon praktisch angefangen mit dem Glücklichsein oder mit dem Zufriedensein, dir geht es gut. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube Ende 2014, hast du gerade dein Programm gehabt im Orpheum, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, du warst zu Beginn der Vorstellung. Da hat die Silvia Jelincic. Genau. Von Fisch und Fleisch. Fisch, Fisch, genau. Fisch und Fleisch und hat den Kontakt zwischen uns hergestellt. Und ich glaube, wir haben uns sofort sympathisch gefunden, zumindest war es von meiner Seite her so. Und kurz darauf waren wir im Wald spazieren und dann bin ich schon bei dir, ich glaube als Zweite oder als Dritte in der Senderei Gültige Stimme gesessen. Genau. Und da hast du ja so jedem, wenn ich mich richtig erinnere, die Frage gestellt, also jedem Gast die Frage gestellt, was ist ein glückliches Leben? Also ein gutes Leben war die Frage. Ein gutes Leben, genau. Was ist ein gutes Leben? Eine Frage, die sich jeder von uns irgendwann einmal in einem stillen Moment stellen sollte. Habe ich darauf eine Antwort gefunden, stellte aber fest, dass meine momentane Lebensgeschichte nicht diesem guten Leben entspricht? Und muss ich mir fragen, was läuft da falsch? Was hindert mich daran, dieses gute Leben zu führen? Und dritte Frage, was braucht es, um diese angeblich alternativlosen Irrwege wieder zu verlassen? Reicht es, alle fünf Jahre seine Stimme abzugeben? Oder braucht es mehr, um eine gültige Stimme zu sein? Mein Name ist Roland Thüringer, ich bin Jürgen 1963, bin freischaffender Schauspieler und ich bin eine gültige Stimme. Und die Dame da im Nebenzimmer sitzt, auch wenn sie vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht danach aussieht, freiwillig da. Sie steht nämlich unter dem dringenden Verdacht, ebenfalls eine gültige Stimme zu sein. Liebe Monika Donner, was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Leben? Ein selbstbestimmtes Leben, wobei man jetzt differenzieren muss, was heißt selbstbestimmt? Das war nämlich genau meine Frage gewesen. Die kennt ihr ja schon inzwischen. Ja, ja, das ist ein bisschen eine philosophische Frage. Was versteht man unter einem guten Leben? Nur zum Erklären, das Konzept dieser Sendung, die hieß Gültige Stimme, war nichts anders wie, dass ganz egal, welcher Gast auch da immer sitzt, es gibt nur vier Fragen. Und die erste Frage eben, was ist ein gutes Leben? Die zweite Frage war, was läuft momentan falsch? Die dritte Frage war so in der Art, was müsste man jetzt tun oder was sollte man ändern? Und die letzte Frage war, wie wird man zu einer gültigen Stimme und so die Sendung hassen? Und du warst die zweite, Monika. Die erste war die Frau Gris. Ah, ja. Die erste war die erste und du warst die zweite. Und gleich den Zuschauer irgendwie, dass der Zuschauer gleich erkennt, dass da sehr unterschiedliche Menschen bei mir zu Gast sein werden. Weil das ist das Konzept. Genau. Wenn man auch Menschen zuhört, wo man sich denkt, mit dem möchte ich nichts tun, aber das ist ein komischer, wo ist ein linker, das ist ein rechter, das ist ja vor Ort. Sondern einfach die gleichen Fragen und sehr viele unterschiedliche Antworten. Ja, das, was in einer Gesellschaft propagiert wird, dass sie angeblich bunt ist, hast du vorgelebt mit dieser Sendung. Aber auf was ich hinaus wollte, ist die Frage, was du dir mitgenommen hast aus einer Zeit, das ist jetzt neun Jahre aus, 2015, hat das Anfang 15 begonnen mit gültige Stimme. Ich glaube, ich war im Mai bei dir. Du hast wie viele Gäste gehört zur Frage, was ist ein gutes Leben? Wie viele waren das? 900? Na, 70 oder so waren es, glaube ich. Ja, in etwa. Ja, wir haben viel gemacht. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, also in Wahrheit, das darf man gar nicht laut sagen, weil das nur als Eigennutz macht. Weil, wo hat man die Gelegenheit, so viele unterschiedliche Menschen zu sprechen, nämlich in Ruhe in einem abgeschlossenen Raum und ihnen dieselben Fragen zu stellen. Weil meistens waren wir beim Triest, wollen sie alle was von sich, ihre Geschichten erzählen, was dann eh natürlich passiert in weiterer Folge, aber der Ausgangspunkt waren eben total neutrale Fragen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Im Verhörzimmer, ja? Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr intim. Und jetzt die Frage an dich, was hast du dir von 70 Personen, die ihre Philosophie dir preisgegeben haben, was sie um deinem guten Leben verstehen, mitgenommen, insbesondere im Hinblick auf die offene Psychiatrie, die sich dann seit 2020 gezeigt hat in der Gesellschaft. Was nimmst du mit? Hat sich was geändert gegenüber deiner Haltung vorher, wie du das Buch geschrieben hast? Das habe ich schon wieder vergessen. Das Tolle. Ich habe es gelesen. Weltfremd. Weltfremd, genau. Wo du mit dem Kopf verkehrt da praktisch. Naja, das war eine Zusammenfassung von drei Programmen von mir, die ich auf der Bühne live gespielt habe, da habe ich ein Buch gemacht. Was hat sich seither in deiner Haltung geändert? Hast du dir was mitgenommen, was ein gutes Leben ist oder hast du dich bestätigt gefühlt? Wie ist das? Also für mich ist es nicht so, dass ich mit 2020 und den Ereignissen rund um die Pandemie an meiner Wahrnehmung der Mitmenschen was geändert hat, sondern ich hätte mir es gar nicht anders erwartet, dass sie anders reagieren, weil ich ja durch meinen Beruf, und der ist ja nichts anderes als Menschen zu beobachten, ihr Verhalten zu studieren und im besten Fall es dann wiedergeben zu können, aber so, dass man nicht merkt, dass ich das spüße und mir glaube, dass ich so bin, das ist ja eigentlich das Wesen der Schauspielerei. Und daher beobachte ich schon seit Mitte der 80er Jahre Menschen und sie sind teilweise sehr, sehr komisch in ihrem Verhalten, zugleich aber auch, wie soll ich sagen, fast bösartig manchmal. Und was ich gelernt habe, ist Menschen richtig einzuschätzen, was mir nicht immer gelingt, aber oft schon. Und so wie eine Masse funktioniert, das weiß ich. Schon auch deswegen, weil ich von Berufs wegen Inszenierungen mache. Das heißt, wenn du auf die Bühne gehst, dann ist es inszeniert. Selbst wenn ich jetzt so wie beim Regenationsabend, wo ich nur auf die Bühne gehe und Geschichten von mir daheim erzähle, ja, es ist trotzdem eine Inszenierung, weil da ist eben eine Bühne da, da ist ein Licht da, da gibt es ein Publikum, da gibt es Eintrittskarten, die man bezahlt, etc., etc. Und wenn man selber in einem Beruf tätig ist, wo man Inszenierungen macht, dann erkennt man Inszenierungen sofort. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn du angefangen hast, so ein bisschen den Versuch zu wagen, einen Blick hinter die Inszenierungen zu werfen, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch wissen, wie eine Theaterbühne richtig ausschaut. Da hast du ja den Zuschauerraum, das Fuhren, und dann siehst du diese Bühne, das hinten angehängt mit Fuhren und seitlich auch, ja. Das ist sozusagen die Bühne, auf der gespielt wird. Nur die Bühne in einem großen Theater wie im Burgtheater ist mindestens doppelt so groß. Und hinter der Bühne passiert alles das, damit das Fuhren funktioniert. Da stehen die Menschen mit den Kostümen, die die Kulissen einschieben, der Requisiteur, die mit den Requisitenorten, da ist der Inspizient, der für den Ablauf des Amts verantwortlich ist. Da ist irrsinnig viel los. Nur das ist das, was der Zuschauer nicht sieht. Ja, du siehst nur das, was Fuhren passiert. Aber das dahinter ist auch relativ interessant. Und ich habe dann angefangen, so bei gewissen Dingen hinter die Kulissen zu schauen. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich weiß nicht, wie das bei dir war und in was für einer Lebensphase du damals warst. Also so richtig, wenn man dachte, was ist da los, war eigentlich der erste Golfkrieg, wo Saddam Hussein in Kuwait eingefallen ist. Und dann wurde praktisch der Krieg live im Fernsehen übertragen. Mit allem drum und dran, mit dieser Brutkastenlüge, was man nachher gewusst hat, etc. Und da habe ich es erst mal, Moment einmal, dieser Saddam Hussein, der hat doch eigentlich sozusagen für die Amerikaner den Krieg gegen den Iran gezogen. Also das ist nicht für sie, aber die haben das unterstützt. Und die haben es einfach fallen lassen. Und der war zurnig und hat sich gedacht, jetzt Rad hat er da ein bisschen laufen, den haben sie sofort niedergekommen. Und der hat ja nichts anderes gemacht, als er vorher gemacht hat, im Wissen, dass er unterstützt wird von der USA. Darum hat ja der Volker Paspers, der Deutsche Kabarettist, gesagt, das Arschloch aus dem Warnschrank, den holten wir so ab, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es brauchen. Weil der hat ja, bis sie ihn praktisch verfolgt haben, genau das gemacht, was im Sinne der US-Regierung war. Ja, genau. Und da hat es ja einige so Patienten gegeben, die das gemacht haben im Laufe der Geschichte. Aber wie gesagt, erst seit diesem Ereignis, und auch wie darüber berichtet wurde und kommuniziert, dass eigentlich ganz klar ist, da gibt es die Guten und da gibt es das Böse, was vernichtet gehört. Und da habe ich mir gedacht, ist das wirklich alles so einfach? Dasselbe war dann, da war der Jugoslawienkrieg auch noch. Das war, ich glaube, der war ein bisschen vorher, oder war das 12.11. Zeit? Das war relativ knapp beinahend, weißt du das noch? Der Jugoslawienkrieg war nachher, glaube ich. Das war, ja, aber weit auseinander war das, glaube ich, nicht. Nein, 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 nein. Das ist mir jetzt ganz egal. Und das, was nachher passiert ist, also man hat irgendwie gespielt, das kommt irgendwem relativ gelegen. Und wie dann der Paul gesessen ist im UNO-Sicherheitsrat und gesagt hat, das ist da die Massenvernietungswaffen. Ich gebe sie mit. Das sind die, die haben wir gefunden, das ist jetzt eine Inszenierung, weißt du, so macht man das normalerweise nicht. Und dann ist ja, das hat ja nicht aufgehört, dann war das, dann war die Finanzkrise, dann war die Eurokrise, wo es gesagt hat, vor allem Griechen sind schuld. Dann kam die Flüchtlingswelle, dann ist der Syrien-Krieger gewesen, der wurde von einem Tag auf den anderen praktisch beendet, weil es kam Corona, daher wurde der Krieg in Syrien außenmedial. Und das geht jetzt weiter. Jetzt ist es Ukraine und ja, ja. Und wie gesagt, da habe ich angefangen, über gewisse Dinge nachzudenken, aber auch nicht nur, weil ich mich jetzt für geostrategische Sachen oder für das Finanzsystem interessiert habe, sondern einfach, weil ich ja selber in einer Entwicklungsphase war. Ich habe so die ersten 30 Jahre meines Lebens, also erstens einmal auf die Welt gekommen in Wien, 1963, das ist ein Jackpot. Also das ist besser, glaube ich, Geld sein, das ist der Jackpot-Universum, ja. Es ist alles nur besser geworden, ja. Und dann habe ich noch das große Glück, dass ich das, was ich gerne mache und was ich kann, zu meinem Beruf machen konnte, damit ich mein Geld verdient habe und nicht wenig Geld verdient habe, war aber in einem Betriebsmodus drinnen, wo man, wenn man so eine Tätigkeit hat, wie ich, sehr schnell reinkippt. Und das, wenn man nicht aufpasst, übersehen kann, nehme ich das Streben nach immer mehr. Also mehr, da geht es jetzt gar nicht ums Geld, sondern einfach mehr Leute im Kino, bessere Quoten im Fernsehen, mehr Zuschauer, noch längere Schlangen an der Theaterkasse, etc., etc. Ja, noch mehr Sachen machen, da noch eine Serie, da noch was, da kann man noch was machen dazwischen, etc., etc. Und das habe ich wirklich die ersten 30 Jahre meines Lebens gemacht, ohne darüber nachzudenken. Nur hat man dann mein System, sprich in dem Fall war es bei mir wirklich der Stimmapparat, gesagt, das geht nicht. Also ich war in der Früh so heißer, dass ich den ganzen Tag gebraucht habe, dass ich auf die Nacht wieder auf die Bühne gehen kann. Und da habe ich mir gesagt, nein, das macht ja wenig Sinn. Und dann habe ich angefangen, wie ich das ein bisschen ändern kann. Und das war gar nicht so leicht, weil wenn du in so einer Position bist, wie ich einmal war, dass du so etwas wie ein kleiner Popstar bist, also mich hat jeder gekannt und ich bin überall vorgekommen, egal, wenn du den Fernseher aufgehört hast, bin ich in irgendeiner Art und Weise vorgekommen. Und da hat sich für mich eine, einfach eine simple Frage gestellt, was ist, wenn das vorbei ist, wer bin ich dann? Weil die Gefahr ist sehr groß, dass du dich mit dem, was du bist, mit dem Bild, mit deinem Image, identifizierst, gerade in meinem Beruf. Das ist woanders genauso, aber bei mir ist es besonders arg, in dem Beruf. Und da habe ich die Notbremsen gezogen. Und habe das wirklich einen radikalen Schnitt gemacht. Da habe ich gesagt, ich muss mich jetzt mehr um mich selber kümmern, ich selber meine, wo ich wirklich bin. Nämlich, obseits von dem Türkener, den man offiziell kennt. Das habe ich relativ konsequent dann durchgezogen. Und habe da aber, ob das jetzt gescheit war oder nicht, weiß ich nicht, ich habe die Leute daran teilhaben lassen. Das heißt, wenn ich Interviews gegeben habe, habe ich über das erzählt, dass es jetzt in meinem Leben andere Prioritäten gibt. Und dass ich über andere Sachen nachdenke, dass ich Dinge hinterfragen, Garten-Sendung auf einmal machen will. Und ja, das waren jetzt die letzten 30 Jahre, wo ich ganz bewusst, wie soll ich sagen, ein bisschen in Widerstand gegangen bin gegen das System. Mit dem, was ich öffentlich sage, die Bücher die geschrieben habe, mein Projekt, meine Stimme gilt, so ein Kunstprojekt bei der Nationalen oder zwei. Also ich habe immer probiert, ein bisschen im öffentlichen Diskurs dagegen zu halten, gegen das, was uns alle erzählen, wie die Welt ist. Und jetzt bin ich 60 und ich merke, dass die Phase jetzt eigentlich auch vorbei ist. Und eigentlich ist es für mich schön zusammengefallen, dass gerade in der Zeit die Pandemie war und die ganzen Ereignisse rund um Covid-19, weil irgendwie so ein Schlussstrich für mich war. Weil davor war ja das alles, was ich so gesagt habe, nur meine persönliche Wahrnehmung und das könnte doch sein, dass... Ist es nicht so, dass wir eigentlich alle so, ist es nicht so, dass der Staat, wenn er will, jederzeit eigentlich und so, nicht? Und dann haben da alle ein bisschen so gedacht, naja, was wird, nicht? Und dann war es so. Und dann war es so und das war für mich fast eine Erleichterung. Also ich muss sagen, die drei Jahre war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit, so blöd es auch klingt, weil sie einfach so viel bestätigt hat. Weil vieles weggefallen ist in meinem Leben, was eh nicht hingehört hat, auch Menschen teilweise, wo man sagt, okay, das weiß ich. Und da möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann zugleich aber sehr viel Neues, ja, neues Wissen, neue Menschen in meinem Leben gekommen sind. Und mein Freundeskreis hat sich auch ein bisschen verändert. Und ja, jetzt bin ich halt in einer Phase, wo ich zufrieden, das habe ich gesagt, weil du mich gefasst hast, bin ich zufrieden. Das heißt, dass ich nicht mit dem ganzen Wahnsinn, der rundherum passiert, in Resonanz gehe und entweder zurnig wäre, da schade ich mich selber, das ist ja mein Zurn. Das ist ja nicht der Zurn von den anderen, das ist ja mein Zurn, wenn ich mich ärgere. Das sind meine Säuren, die meine Bauchspeicheldrüsen dann einspritzt, weil das war kein Sinn. Und ein bisschen, wie soll ich sagen, toleranter bin. Also toleranter gegen Menschen, die eine ganz andere Welt sind, wie ich im Kopf habe. Da habe ich gesagt, ja, ist halt so, solange sie auf Distanz sind. Also wenn es mich beeinflusst, dass es mir schadet, was die jetzt machen, dann stehe ich natürlich auf. Aber so denken wir, okay, wenn sie es so sehen wollen, die Welt, dann sollen sie es so sehen. Wichtige Frage. Jetzt habe ich sehr lange durchgekriegt eigentlich, das ist fast ein Monolog, gell, jetzt gewesen. Das war ein Monolog und ich finde einen sehr guter Monolog, weil du hast ja in diesem Monolog Sachen ausgeführt, die ich dich erst fragen wollte. Aber danke dafür, für die Zuseher, die dich noch nicht, also für die wenigen Zuseher, die dich noch nicht kennen, vor allem in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich es richtig jetzt noch parat habe, geistig, hast du ja mit Hinterholz 8 den erfolgreichsten österreichischen Kinofilm mitproduziert. Oder als Schauspieler personifiziert. Ist das korrekt, die Aussage? Ja, also wenn man das jetzt so sehen will, wenn man es in Zahlen bewertet, ja. Also das Hinterholz 8 war ein Stück von mir, was ich auf der Bühne gespielt habe. Und wenn man irgendwie die Idee gehabt hat, dann könnte man doch irgendwie eine Fernsehserie oder einen Kinofilm machen. Und das haben wir dann gemacht und da hat halt alles zusammengepasst. Da war ich halt gerade sehr Popstar-mäßig unterwegs. Und Heißelbauen ist aber für viele Menschen ein Thema. Da haben wir es auch gewesen, dass Eigenheimer alles raus sind. Und ich habe halt da irgendwie einen Punkt gefunden, wo sie ja dann auch noch angesprungen sind. Das war ein lustiger Film auch. Und das war so, dass es der, auch wie vor, glaube ich, der meistbesuchte österreichische Film ist. Aber jetzt Gäste aus Deutschland auch zuhören sicher. Dasselbe Film ist in Deutschland auch ins Kino gekommen. Und da hat er aber niemanden interessiert, also in Hamburg sogar mit Untertiteln, ich sage Brent. Also das, ich bin ein regionales Phänomen, das muss man sagen, also gut. Ja, schaut, weil das Thema ist ja, glaube ich, international. So nehme ich es zumindest wahr. Ich darf noch kurz darauf eingehen. Und du hast mich gefragt, vorhin, also vor circa zehn Minuten, wie es, wo es bei mir geknackt hat. Also wo ich hinter die Kulissen geblickt habe. Und das ist familienbedingt, weil ich ja im ehelichen Krieg meiner Eltern aufgewachsen bin, die beide mich geliebt haben. Und dann die Doppelbotschaft, die zwei kennen nicht miteinander, habe ich ziemlich früh hinter die Kulissen geschaut. Das ist so mein biografischer Zugang. Und ich bin ja dann in den 80er Jahren in meiner Jugend in Linz vor die Realität gestellt worden, dass das eine gesagt und das andere gelebt wird. Dann waren diese Angstplakate mit Aids. Und ich habe mir gedacht, aha, jetzt wollen sie uns auf der sexuellen Ebene auch noch kontrollieren. Das war so mein Gefühl. Diese Angst und Panik und die Falschheit der Menschen, die sich freundlich begegnen und hinter dem Rücken dann deppert übereinander reden. Das habe ich in der Familie erlebt und außerhalb. Und darum wollte ich ja zum Bundesheer, im Gegensatz zu dir, ich wollte dorthin, weil es für mich fast war, wie in ein Kloster zu gehen. Ich wollte absichtlich in dieser Ellbogentaktik-Gesellschaft, das war ein bewusster Entschluss, mit 18 Jahren nicht mitmachen und bin als Einrichtig Freiwilliger damals in Freistaat Oberösterreich eingerückt. Damit möchte ich es aber auch schon bewenden lassen. Und ich sehe es wie du. Die zäh blöde Mie, wie ich es nenne, ist für mich kein Unterschied zu vorher, außer dass man schneller gesehen hat und intensiver, wo sind die Leute, mit denen ich kam, wo sind Menschen, die man auf der Herzensebene und auch beim Hausverstand abholen kann, wo versteht man sich. Und das waren die Leute, wo es vorher super gepasst hat, bei mir genau dieselben Nachhören. Bei mir hat sich der Freundeskreis schon entrümpelt vor Corona, nämlich weil ich ja vorher schon, auch dank deiner Hilfe will ich nicht sagen, weil ich habe dich nicht gebeten, sondern das ist entstanden zwischen uns. Ich war ja vorher in den Mainstream-Medien ziemlich präsent mit dieser Transidenten-Geschichte, da ist mir halt als Opfer aufgebaut worden, da habe ich nicht mitgespielt. Die haben mich nie richtig sagen lassen, also schon sagen lassen, was ich wollen habe, nur sie haben es nicht ausgestrahlt. Also das, was ich wirklich gesagt habe, nämlich, dass es gar nicht um Trans und Mann und Frau geht, es geht um ein freieres Leben, um ein gutes Leben, ja, in der gelebten Individualität, das haben sie gar nicht ausgestrahlt. Du warst der Erste, wo ich tatsächlich bei Puls 4 in dieser zweiten Sendung Dacheles reden konnte. Also sowohl von der Geostrategie her, als auch von dem, was ich unter Spiritualität und unter einem guten Leben verstehe, warst du der Erste und du warst damit, bin ich dankbar dafür, mein Eintritt in die sogenannte alternative Medienbranche, weil durch gültige Stimme sind dann erst einmal die Deutschen bei Nuo Viso und so weiter auf mich zukommen und haben gesagt, hey, sie sind Ministerpräsident im Verteidigungsministerium und wettern gegen die NATO, wie geht sich das aus? Und dann noch mit ihrer Biografie, aha, nicht sonderlich angreifbar von links, so waren die taktischen Erwägungen, so habe ich nie gedacht, ich habe das nie in links und rechts aufgesplittet gehabt, sondern ich habe gar nicht am Radar gehabt, was die eigentlich machen mit links und rechts und es ist mir inzwischen auch völlig schnurrt und das sind meine Lektionen aus der C-Zeit und ich freue mich sehr, wirklich, dass die Verbundenheit zwischen uns, auch wenn wir uns gar nicht so oft sehen mehr, immer noch da ist, wenn wir auf einer Wellenlänge sind, du bist für mich wirklich ein Philosoph und ich freue mich total, dass wir im Guten miteinander sind und weil eben jenseits von links und rechts, du hast das ja in einer Filmszene, wo wir gemeinsam mitgewirkt haben, gesagt, deine Worte waren, glaube ich, wir sitzen beide zwischen den Fronten, also so war die Ausdrucksweise und wie geht es uns eigentlich damit? Das haben wir ja drüber geredet, ich habe auch ein gutes Leben und für mich ist der Auftrag, der innere Auftrag, Soldat, Offizier, Marschier und so, ist weg. Der ist völlig weg. Also die Illusion, dass ich irgendjemand retten muss, um mich besser zu fühlen, ist weg. Ich freue mich, wenn wer etwas annimmt, was ich sage, aber ich bin nicht mehr davon abhängig. Und das Kurile ist, das ist jetzt mein Beruf. Ich kann trotzdem sagen, ja, nehmt ihr es oder nehmt ihr es nicht. Also das ist eine Gratwanderung aus 32 Jahren, Bundesdienst, wo du jeden 15. im Monat dein Gehalt fix am Konto hast, ganz wurscht, was du hakelst oder ob du überhaupt hakelst, das Geld ist da. Ich habe natürlich ernst genommen an deinen Job, aber ich habe genau gewusst, du hast das ja gesagt, in gültige Stimme, wackelt da jetzt nicht schon dein Stuhl. Und der hat gewaltig gewackelt, ab genau dieser Sendung, Roland. Das hat ein Strafanzeigen kommen und sagt, ich glaube, wir haben das eh in Gas am Kampf, wo ja ich dann dich interviewt habe, habe ich das dann eh bestätigt. Du warst vollkommen im Schwarzen mit deiner Beurteilung. Ist nicht sonderlich schwer, aber du hast das ausgesprochen. Und jetzt darf ich aber nur mal nachbohren zur Frage, was ist ein gutes Leben, Roland? Ist das gute Leben, desto, ich frage nochmal explizit, desto vorher in dir geistig oder als inneres Bild, als Vision, keine Ahnung, als was, was du als Anhalt hattest, so fühlt sich gutes Leben an. Hat sich gegenüber vorgültige Stimme und der Zeit danach irgendwas verändert oder ist das gleich geblieben? Ist eine Grundtendenz noch da, wo du sagst, du hast das eh annähernd beantwortet, aber ich hätte es gerne in kurzen Warten, bitte. Ist das erfüllt, dein inneres Bild oder hat sich doch ein bisschen was in der letzten Zeit verändert? Na ja, wenn man als junger Mensch sagt, das ist ein gutes Leben und nach 30 Jahren dieselbe Antwort gibt, hat man im Leben was falsch gemacht. Weil Leben ist eine ständige Veränderung, weil sich die Dinge rund um dich verändern und du veränderst dich auch. Also ich bin jetzt mit 60, ich bin zwar immer der Roli, aber ich bin jetzt wie ein anderer, als ich war mit 18 oder mit 20 oder mit 30. Und ob sie, schau, wenn ich, wie vielen Menschen die Frage schätze, was ist denn gutes Leben? Und jetzt mit Ausnahme der, die da irgendwo sagen, damit sie was sagen, sondern die, die sich wirklich was überlegt haben zu dieser Frage, jeder sagt eigentlich was anders. Manche Dinge gleich. Also jeder hat das Recht zu sagen, das ist für mich ein gutes Leben. Ja. Und nur, und das ist das Entscheidende, wenn ich dann plötzlich erkenne, dass diese Vereinbarung, die ich mit mir getroffen habe, was ein gutes Leben ist, plötzlich sind immer gut angesperrt, dann muss ich den Mut haben, zu sagen, ich muss das ändern. Das ist nicht mehr ein gutes Leben. Ich muss eine Alternative am Plan B machen. Und das ist ja wohl, das wirst du vielleicht auch kennen aus deinem Leben oder von anderen Leuten, wo wir uns am allerschwersten tun ist, zumindest habe ich das so erfahren, wenn man einmal einen Weg beschritten hat, die ersten Schritte, hat Zeit investiert, hat Energie investiert, hat geglaubt, das ist jetzt der richtige Weg. Und dann kommt man drauf, naja, vielleicht du nicht, dann braucht es wahnsinnig viel Mut, zu sagen, es war ein Fehler. Genau. Und statt zu sagen, das war ein Fehler, Stopp. Neujustierung, wo bin ich, wo will ich hin? Und wenn ich aber das nicht zusammenbringe, bleibt mir noch eins, dass ich das Falsche für mich immer wieder rechtfertige. Genau. Und immer für das Falsche die Bestätigung im Außen suche, dass das eh richtig ist. Das heißt, ich habe ja angefangen, mich mit genau der Umwelt zu umgeben, die mir den Falschmeck bestätigt. Ja. Und das hat jetzt nicht noch auf der individuellen Seite eine Bedeutung, sondern auch in dem, was wir erlebt haben in den letzten Jahren jetzt durch die Pandemie und bei vielen anderen Dingen. Ich glaube, jetzt nehmen wir Journalisten her, die sitzen irgendwo in einem Medium, werden von dem praktisch finanziert, sprich, die raten für das Auto oder für das Haus zur Idee. Und rundherum sind Menschen, die genau in derselben Situation sind. Und wenn die dann anfangen nachzudenken, bin ich sicher, dass die, wenn sie in der Sonne miteinander sitzen oder irgendwo, ich darf mich nicht laut sagen, aber eigentlich, ja. Aber sie halten die Goschen. Sie halten die Goschen, weil sie sich erstens einmal eingestehen müssten, dass sie einen Fehler begangen haben, das so zu sehen, wie es ist. Nur deswegen, weil sie anderen auch immer so gesehen haben. Und sie sind abhängig. Also die zwei Sachen zusammen, wenn du abhängig bist, das muss nicht nur finanziell abhängig sein, das kann eine Abhängigkeit sein, das kann eine Abhängigkeit sein, dass du auf die Schulter klopst, du bist eh lieb, was hast du super gemacht, was auch immer. Plus die Schwierigkeit, sich selbst einen Fehler einzugestehen, bringt uns in so Situationen, in die wir jetzt, glaube ich, hineingeraten, wo es ja diese zwei Lager, was du gesagt hast, dass wir im Film gesagt haben, irgendwie sieht es mir beide zwischen den Säseln. Weil wir uns keiner dieser, jetzt sage ich was sehr, was Böses, Idioten, die sich auf der rechten Seite, nicht rechts und links, sondern auf der richtigen Seite wehnen, dass sie ja die Wahrheit sagen und die anderen sind drudelnd, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich schaue mal, mit welchen Idioten komme ich ein bisschen besser zusammen als mit den anderen. Ja, wobei jetzt, Vorsicht, Monika, nicht alle sind Idioten. Da müssen wir aufwärts. Wir bleiben bei deinem Kampfbegriff oder bei deinem Pauschalbegriff. Es gibt ja Ausnahmen. Aber im Grunde ist, ich glaube, wir sagen da jetzt nichts Verwerfliches, wenn sich jemand, ein Mensch, ein Individuum, das einzigartig ist, vom Fingerabdruck bis zur Iris. Genetisch, wie unter Persönlichkeitsentwicklung, jeder hat eine individuelle Lebensgeschichte und sie ordnen sich einer Marke unter. Ich bin Raucher. Ich bin Nichtraucher. Ich bin links. Ich bin rechts. Ich wähle FPÖ. Ich wähle grün. Also ich bin, verstehst du, diese Zuordnungen sind sowas von reduzierend. Also das, was eigentlich der Mensch ausstreuen kann, sein könnte, verwirklichen könnte, wird reduziert auf ein Wort. Und selbst das Wort ist inhaltlich schon teilweise idiotisch. Das meine ich, da bestätige ich das, was du gesagt hast zuerst, darum war keine Aufregung da, aber das finde ich idiotisch. Wenn man sich selbst einem Branding, einer Marke und dort, ich bin Coca-Cola. Nein, ich bin Pepsi. Hallo? Das ist das Problem, glaube ich. Die Frage ist nur, kann man das uns vorwerfen, dass wir so sind? Vielleicht ist es so, dass um zu überleben als Mensch, du einfach wo dazugehören musst. Weil schon davor, du kommst als Apatsche auf die Welt. Dürfen wir Apatsche nur sagen eigentlich oder ist das schon eine Aneignung einer fremden Kultur, wenn ich Apatsche sage? Ich glaube, wenn du ein Apatschen hast, braucht es eine Werkstatt. Ja, also du bist Apatsche und irgendwann lernst du dann irgendwelche Kaiowas kennen und denkst dir, du bist eigentlich auch allein. Und dann sagst du, dein Stamm, du, ich habe mir das überlegt, ich wäre eigentlich lieber eine Kaiowa. Ich bin Dakota, Dakota. Ja, das wird nicht gehen. Also ich glaube, dass dieses irgendwo dazuzugehören, sprich entweder eine Identität durch eine Gemeinschaft zu finden oder aus sich selbst, das ist so der individuelle Weg, selbst eine Identität aus sich selbst zu schaffen. Das hast du gemacht, Monika, mit deinem Lebensweg. Das habe ich gemacht, heute beruflich sozusagen. Weil das, was der Roland Thüringer für die Menschen ist, ist nicht das, was der Roland Thüringer ist. Und aber nicht, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt anders und das ergibt sich automatisch durch meinen Beruf. Du bist aus dir heraus deinen Weg gegangen, dass du jetzt die Monika bist. Warum immer? Ist ja vollkommen wurscht, solange du damit niemanden am Arsch gehst. Vollkommen wurscht. Selbst wenn ich jemanden damit am Arsch gehe, das ist ja denen ihr Problem, nicht meins. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Also wenn man jemandem am Arsch geht, dann... Nein, ich gehe garantiert Menschen am Arsch, aber das ist... Ja, aber... Achso, du meinst aktiv. Aktiv, dass du sagst, jeder, der es nicht so macht wie ich, ist eigentlich minderwertig, der ist nicht so gut wie ich, weil ich habe das als einzig... Aber ich kann... Nein, ernsthaft. Macht wir nicht. Es gibt so Leute. Nein, willst du sagen, dass das nicht so ist? Nein, schau dir das nicht. Ich sage euch schon immer, leckt mich doch am Arsch. Mensch, ich habe in meinen Weg gegangen, mich damit in andere kopieren, weil ich bin ja der Haltung, wirklich, ich habe wirklich die Haltung, dass Kopien gefährlicher sind als Original. Mir interessiert das nicht. Mir interessiert auch keine LGBTQ-Bewegung, genauso wie die Gegenbewegung. Das ist für mich absurd, dieses Herumgehopse und Kämpfen um Anerkennung und die anderen sind eifersüchtig und sagen, das ist die neue Weltordnung. uninteressant. Das geht aber an Menschen. Und darum wichtig jetzt für mich, was du gesagt hast, weil du... Es wirkt ja fast schon, wie wenn du den Leitfaden für unser Gespräch da hast, ich habe immer die... Mach mal leichte Notizen, das ist bei mir jetzt am rechten Bildschirmrand da, und du redest genau in der Taktung und wir haben es ja nicht vorbesprochen, was die nächste Frage ist. Die Frage ist, wie bist du zu deinem Beruf gekommen, Roland? Und damit meine ich nicht unbedingt biografisch, in welchem Jahr hat dich wer in welche Position gebracht und was hast du getan, sondern ich meine, was ist, was ich wissen möchte von dir, was ist dein Grundimpuls, was war der ausschlaggebende Moment oder das Gefühl, wie du es immer beschreiben willst, was war der ausschlaggebende Impuls, dass du gesagt hast, ich werde Schauspieler und ich zeige etwas auf, was da draußen passiert, weil ich nehme an, dass das deine Intuition war. Was war da der ausschlaggebende Impuls dazu? Du, hast du eine Stunde Zeit? Nein, ich probiere es ganz kurz. Nein, man muss unterscheiden. Das eine ist mein Beruf, er ist Schauspieler, und das andere ist, was ich aber eigentlich bin, ich bin Ideenumsetzer. Das ist mein Wesen. Ich bin jemand, der eine Idee für etwas hat und dann sofort möchte ich es umsetzen. Ob das jetzt ist, dass ich etwas handwerklich mache, dass ich sage, okay, ich baue mir jetzt eine Holzhüte, dann baue ich mir eine Holzhüte. Also das macht mich glücklich. Und das war schon als Kind so. Ich habe Lego bekommen und dann hast du diese Pläne, was man aus dem Lego bauen kann. Aber irgendwann habe ich erst so viele Lego, dass in einer Kiste alle Steine drinnen sind und dann geht Lego Spielen erst los. Also nicht etwas nach Plan baue, sondern ich weiß nicht, was ich alles gebaut habe. Maschinengewehr, Raumschiffe, alles was habe ich mir als Lego gebaut. Eine Idee. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl, du bist ja auch so, du hast ja auch ein Motörheisen bauen und so, und du hast es selbst gestalten. Ja, Monika. Ja. Und wenn mich jemand fragt, was ist nicht, was ist Glück, sondern was ist Freude. Genau. Freude habe ich immer dann erlebt, schon als Kind, wenn ich irgendwas gebaut habe und wenn es nur ein Airfix Flieger ist, den ich zusammengelebt habe und dann in einer anderen Form lagiert als Original gehört, dann ist die auf die Nacht neben mir ein Nachkassel gestanden. Und das Letzte, was ich gesehen habe, bevor ich eingeschlafen bin, war mein Tagwerk. Und das ist Freude. Ich habe mit dem, was ich bin, was ich da oben kann, was ich da kann, mit ein bisschen Hilfe von der Firma Airfix, habe ich etwas geschaffen. Ja. Das bin ich. Bei mir waren es Panzer, aber ich bin mir sicher, dass meine Panzer besser waren als deine Flugzeuge. Und genau da fängt es an. Genau da fängt es an. Meins ist besser als deins. Ich habe das jetzt bewusst provokativ gesagt, weil man hat gespielt, du hast das Leichtnis in den Augen gehabt, diese Freude. Kreativ, es entsteht was und natürlich, man hat es geschaffen aus Plastikteilen, die völlig unwesentlich sind, außer geschnitten, diese harten Umrandungen, wegschliffen, zahen, abgeschliffen, lackiert. Das heißt, da entsteht etwas, das ist doch pure Kreativität. Ja, aber erst in dem Moment, wenn du dich vom Plan löst. Ich habe dann einiges von Tamiya, hat es gegeben, glaube ich, im Maßstab 1 bis 12 Motorradmodelle. Da hast du es im 50er Honda gegeben, Motorgastmaschinen, das war ein Zug, so groß war das. Und irgendwann habe ich dann einige schon gehabt und dann habe ich angefangen als zwei eines zu bauen. Ich habe dann in einer Motorgastmaschine einen Vierzylinder-Motor eingebaut von einem 57er und dann fängt erst das an, was ich eigentlich bin. Und das habe ich mit Motorrad, und ich habe schon viele Motorrad einfach umgebaut. Ich habe ein Motorrad und habe es und dann denke ich mir, okay, was mache ich jetzt den Motorrad jetzt? Das bin ich. Aber das hat jetzt noch nichts damit zu tun, dass ich Schauspieler geworden bin, weil ich hätte ja genauso gut etwas anderes auch werden können. Aber das, dass ich Schauspieler geworden bin, hängt damit zu haben, dass mein Vater erstens mal im Burgtheater gearbeitet hat als Garderober. Das heißt, ich bin als kleiner Aufschirm im Theater drin gesessen und Theater war nichts Besonderes, sondern war der Arbeitsplatz von meinem Vater. Und das Zweite war, dass irgendwann nochmal der Herwig Seeböck, mein späterer Schauspieler, da war ich zehn Jahre alt, ans Burgtheater gekommen ist und mein Vater war sein Garderober. Und das Seeböck ist immer in den Motorrad gekommen. Und ich habe, ich weiß nicht warum, mit zehn Jahren, obwohl ich ein totaler Botschatzkind war, eine totale Affinität zum Motorrad gehabt. Ich weiß nicht warum. Und mein Vater hat das in Seeböck erzählt. Der Seeböck hat mir wie zwölf Jahre eine Motorradmaschine dann gekauft und die hat Motorradfahren gelernt. Und war dann immer mit der Familie Seeböck zusammen, das waren Schauspieler. Also eins und eins ist. Also es war klar, was aus mir wird, wenn du das kleine Affin im Theater sitzt und mit Schauspieler zu tun hast, dann ist das Normalität. Und ich habe das halt dann keiner. Aber das, was ich bin, und das war ich schon als Kind, das ist das Letzte, ich will jetzt nicht wieder einen Monolog halten, aber vielleicht ist das ähnlich gewesen bei dir. Ich habe mir Fragen gestellt als Kind. Nehmei, wenn mein Vater einen Autoführerschein gemacht hat und dann mit Mitte 40 haben wir nicht mehr mit der Straßenbahn fahren müssen, sondern haben einen Wochenendausflug gemacht dann mit einem Auto, mit einem Käfer. Und mir ist aufgefallen, dass wenn wir weggefahren sind in der Früh, aus Jörs Wien, war Stau auf der Südautobahn. Wenn wir heimgefahren sind, war wieder Stau. Und auf der anderen Straßenseite, in die Gegenrichtung, ist niemand gefahren. Und ich habe mir mit dem Vater gesagt, warum fährt da so viel und tut so wenig? Und er hat gesagt, na das ist klar, weil jetzt fahren alle aus der Stadt raus und am Anfang wieder in die Stadt rein, weil er morgen Montag ist. Und das, was ich gewusst habe zu dem Zeitpunkt war, du musst immer auf der anderen Seite fahren. Wenn die eine fahren, musst du rausfahren. Genau. Hat auch was mit meinem Berufswald zu tun, weil ich fahre auf die Nacht, wenn die anderen heimfahren, bin ich in das Theater, ich bin immer dagegen gefahren. Aber nicht um den Selbstzweck, dass ich sage, ich bin immer dagegen, sondern weil ich dort einen Freiraum habe. Ich habe einen Freiraum, weil ich weiß, dort sind sie nicht. Genau. Genau. Es geht um Freiheit, es geht um Unabhängigkeit, ein gewisses Maß noch an Unabhängigkeit, das in so einer dicht organisierten und sozialisierten Welt überhaupt noch möglich ist. Das empfinde ich haargenau wie du. Und das ist auch meine Motivation, so skurril es klingt, warum ich zum Bundesheer gegangen bin und die Offizierskarriere eingeschlagen habe, weil ich diese Ellbogentaktik Gesellschaft beobachtet habe, und mir gedacht habe, da kann ich mir ein Kleineruniform anziehen und stehe ich zumindest außerhalb der Gesellschaft. Nicht checkend, das ist mir erst vor kurzem wieder die Schupfen von den Augen gefallen, ich bin aus einem Protest sozusagen oder aus einer eigentlich negativen Haltung gegenüber der Gesellschaft, bin ich in eine Position gerückt, um genau diese Gesellschaft im Bedarfsfall zu verteidigen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja an sich schon ein Widerspruch in sich, ist es aber in Wirklichkeit nicht, weil ich wollte kämpfen, nur das Bundesheer ist eh nicht der richtige Verein, um zu kämpfen, wie du ja mit Atompilz von rechts richtig festgestellt hast. Links bitte, links, Atompilz von links. die Atompilze müssen von rechts kommen, weil die sind ja böse und müssen von rechts, ich habe dich jetzt provoziert, ja, Atompilz von links, das darfst du ja eigentlich gar nicht sagen in deiner Branche, du müsstest ja jetzt politisch korrekt sagen, Atompilz von rechts, oder? Ja, aber nachdem ich glaube ich noch nicht mehr politisch korrekt war, wenn mir das politische nicht so wichtig ist, ist mir das relativ rotzig. Okay, okay, weil du das mit dem Bundesheer gesagt hast, dass du dort hingegangen bist, eigentlich wegen der Freiheit, obwohl mir dort ja total unter Zwang steht, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen so mit meinem Körper, weil ich habe jetzt im Dezember diesen Jahres, kriege ich eine neue Hüfte und weil das hat es mich so oft draufgekommen, offenbar mit dem Motorrad, und ich bereite mich auf das vor, also damit ich keine lange Reha habe, sondern ich möchte fitter als jemals zuvor am OB-Tisch legen und meine Beweglichkeit trainieren und bin da irgendwie, ich habe schon früher, ich habe Karate gemacht, ich habe Fechtsport gemacht, also ich habe eh einiges gemacht in der Richtung und jetzt habe ich mich ein bisschen mit Shaolin-Kunfu auseinandergesetzt und da gibt es einen Mönch in Deutschland, das ist Shaolin-Europe, heißt das, und der hat wirklich ein Kloster, das ist ein Kloster und hat das alles geregelt, da gibt es drei Mahlzeiten, genau zu den Zeiten, wann getrainiert wird, darf man nicht einmal Wasser trinken, etc., etc., und dann hat der Typ gesagt, das ist Freiheit, dass man so ein enges Regelwerk hat, wo alles geachtet ist, hat er Freiheit, da haben wir gedacht, das war komisch, aber umso mehr ich nachdenke, hat er gar nicht so Unrecht, in einer gewissen Art und Weise, weil das mit der Freiheit ist ja so eine Sache, ich bin ja sehr gern draußen in der Natur, verbringe ich auch Nächte im Wald, ja, und da gibt es auch keine Freiheit, wenn man finster ist, siehst nichts, man freut sich. Das ist die Freiheit, das ist die Freiheit, und vor allem, in der Nacht siehst du es ja wohl, weil es gibt, mit Ausnahmen, kaum, aber Nacht hast du gar nichts gesehen, das Mondlicht ist oft so stark, dass du in der Nacht... Naja, nicht immer, also ich komme, ich habe einmal, war ich am 19. Dezember draußen, das ist so fast die längste Nacht des Jahres, es war in die Bergung, und es war kalt, und da ist es so, dass es wirklich um 4 Uhr im Wald so ist, dass du ohne Taschenlampe nichts mehr siehst, und du setzt dich dann hin zu deinen Feiern, das hast du schon alles vorbereitet, und du weißt aber, frühestens um halb eineinne, siehst du ein bisschen was, und du bist in der Finsternis, und wenn es auch Nacht ist, wo Wolken sind, wo es zu ist, ist wirklich sehr, sehr finster, und das ist aber so, und aber niemand kann mir auf die Idee sagen, das ist ein Witz, das ist gegen meine Freiheit, ich werde von der Natur gezwungen, dass ich nichts sehe, nein, es gibt eben Dinge, die sind so, genauso wie ich etwas trinken muss, genauso wie ich atmen muss, genauso wie, wenn ich draußen bin, aufpassen muss, dass ich mir nicht weh tue, ich kann nicht einfach so umgehen mit mir, wie wenn es eh wurscht war, weil wenn ich da jetzt irgendwo in Wehen, wenn ich stolpe, dann sage ich, also gehen Sie mich stolper, schauen Sie mal, aber wenn da ist irgendwie ein Berg, draußen im Wald passiert, kann das sehr unangenehm werden, das heißt, du wirst mit vielen Dingen viel, viel achtsamer umgehen, und jetzt kann man sagen, ist das Freiheit, ich sage einmal, ja, das ist für mich Freiheit, aber nur deswegen, weil ich in so einer Situation ein total gutes Gefühl habe, wenn du einen anderen nimmst und da raus sitzt, am 19. Dezember, bei Eisregen und Wind, eine Nacht im Wald, der findet das nicht, oder sie findet das nicht super, kommt drauf an, wie es geführt ist, ich habe ja gesagt, grundsätzlich siehst du auch durch Mondlicht auf die Nacht sehr gut, es gibt Ausnahmen, ja, da stimme ich dazu, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber ich war ja, ich bin ausgebildet worden zum Jagdkampf-Offizier, ja, das heißt, die Ausbildung, die ich absolviert habe, ist, da waren wir Wochen, Monate lang nur im Dreck. Aber du warst nicht beim Jagdkampf? Nein, Jagdkampf, das ist nur, okay, dann die Jäger, das früher Jägerkreis. Nein, 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 Jagdkommando ist meistens Einzelne oder Body, also Team, Druckstärke, dasselbe, nicht wesentlich anders, nur im Zugsrahmen, so ein Zug hatte 57 Mann, mit einer S-Gruppe, also schwerbewerfenen Gruppen, mit Maschinengewehren und Panzerabwehr, raten er dazu, aber grundsätzlich taktisch unabhängig, und im Zugsrahmen, in den Raumsicherungszonen, also zwischen den Schlüsselzonen, vorgesehen, um Hinterhalte, Überfalle und Störaktionen gegen feindliche Kommando und Versorgungseinrichtungen zu machen. Du merkst, das ratte ich runter, weil das habe ich verinnerlicht. Was wir da geübt haben, war praktisch der Kampf gegen eindringende Kräfte, entweder Nachbarstadt Orange, also Stichwort für UDSSR, also Warschau-Pakt, oder eben NATO-Kräfte, ganz wurscht was, wir wären dazu da gewesen, deren Kommandostrukturen und Versorgungseinrichtungen abzuschneiden, aufzureiben, zu vernichten. So, und das ist ganz gut vorgeübt worden, in dem Rahmen, was wir gemacht haben, hatte das Aussicht auf Erfolg, und es war kein Begegnungsgefecht, sondern die Aufgabe des Jagdkampfs ist ja, und das ist das Geile dran, du versetzt Nadelstiche, und der andere weiß gar nicht, dass du da bist. Das heißt, du fügst mit relativ geringem Aufwand hohen Schaden zu. Das hat mir Freude gemacht. Und was der Mönch zu dir gesagt hat, ist für mich absolute Realität, und ich habe auch draußen geschlafen, bei Minusgraden, außer Verschwitzte, nur im Schlafsack, weil Zelt war verboten, gell, es war auch offenes Feuer verboten. Ich habe mir oft gedacht, was da, ich trottel da, ich bin in Freistadt irgendwo, liege im Wald, bei Minusgraden und Pippa, während meine alten Spätzl von früher, was da, Punks, Kinheids, Rocker und was weiß ich was, in Linz ziehen zu saufen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe die Freiheit da, ich ab mich da tief durch, ich genieße jetzt die Ruhe im Wald, ja, und es ist kalt, aber das ist die Realität, die Ablenkung in der Stadt ist mir eh schon am A gegangen. Dieses Albe fortgehen, Wirbel machen, das ist ja auch ein, wie soll ich sagen, ein System, in dem du ein kleines Rädchen bist. Ja, beim Heeren, gerade in so einer Kampfeinheit, bist du auch ein Rädchen, aber in der Freizeit bist du frei, bist du absolut frei und noch freier, weil du ja den Zwang im Alltag hast. Das heißt, der Soldat, der in Friedenszeiten um 16 Uhr aus der Kasernausse geht, ist freier, weil es jeder Unternehmer, und das ist, glaube ich, auch intuitiv der Grund gewesen, warum ich da hingegangen bin, ich komme aus einer Beamtenfamilie, nur wollte ich nie am Schreibtisch sitzen, so wie es dann im Ministerium war, wo ja das eigentliche Problem aus meiner Erfahrung überhaupt erst erzeugt wird, warum es der Truppe in allen Bereichen so schlecht geht, weil nicht die Kompetentesten nach oben kommen. Mehr mag ich da jetzt nicht sagen. Aber die Freiheit liegt für mich darin, dass man sich von der eigenen Vorstellung befreit, wie jetzt das Glück in meinem Leben auszusehen hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir, also für mich nicht, dass du einen Wasserhahn hast, wo du wählen kannst zwischen kalten und heißem Wasser. Das ist nach einer Woche im Dreck, wenn du heimkommst, verschwitzt, ist es schon ein Wunder, wenn du das Stirn aufgehst. Also wir waren in einer Parallelwelt und in der Realität des Waldes, des Wohnzimmers des Germanen, wenn du so willst, oder der Indianer, da waren wir unterwegs und dann kommst du in die Kaserne zurück und du gehst dann in den Speisesaal und dann kommt der Dampf in die Leberkasse mit den Dings. Also ich bin zu Tränen gerührt, ist jetzt kein Witz, da gesessen und habe gesagt, danke lieber Gott, dass ich da jetzt das Essen habe, weil ich habe eine Woche, wie von minimal, durchhalte Woche und so weiter, wo du am Tag zwei Orangen und einen Apfel und vielleicht einen Liter Wasser kriegst. Das nennt sich dann Durchhaltewoche und diese Dinge. Es ist hart, aber du wirst an die Realität herangeführt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, alte Dinge zu haben, nach der die Masse hungert draußen und sie für die alleingültige Realität anerkennt. Und da bin ich ganz beim Mönch, in der Struktur, in der Härte liegt die wahre Freiheit, wenn du dich eher hingibst, weil dann schalt das Hirnkastl irgendwann einmal aus und dann akzeptierst du das. Das ist, glaube ich, die wahre Freiheit. Ja, das sehe ich auch so, aber es gibt da noch die Möglichkeit, dass du genau das, was dir jetzt in dem Fall bei dir das Bundesheer war, wo es dir einen Tagesablauf ab, einfach, das ist so, um sechstes Tag, scheitern einen Tag, wache ich dann raus, das ist einfach vorgegeben alles. Oder wenn du dich entscheidest, du gehst jetzt zu einem Retreat in so ein Charin, ein Kloster, gibt es auch den Tagesablauf. Und die Frage ist, und das ist eigentlich so das, an dem ich arbeite, dass ich immer den Tagesablauf aber selber mache, dass ich mit mir eine Vereinbarung treffe, ein halbes Jahr ist es jetzt so bei mir, da passiert das, 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 das und ich weiche keinen Millimeter von dem ab. Aber nicht, weil das strukturell vorgegeben ist, sondern weil ich sage, ich mache das. Und ich glaube, das geht fast nur allein mit dir selber, weil wenn du das in einer kleinen Gruppe machst, gibt es sicher irgendwen dabei, der einen Schwächel und sagt, naja, heute können wir schon mal aus, heute ist ein Joker. Also, und, also ich, ich zwinge mich manchmal selber relativ hart, also hart, jetzt nicht wirklich hart, aber sehr strukturiert, mit mir selbst zu sein. Das heißt, ich bin mein eigener Offizier, ja, und, das funktioniert gut zu sein und das ist auch, gerade wenn man, das weißt du auch, wenn du schreibst, Bücher, da hast du auch gesagt, okay, ich habe jetzt Schreibklausur, ich muss bis dann und dann fertig werden. Also, und so mache ich das auch, wenn ich ein neues Projekt vorhabe, dann mache ich einen genauen Plan, wie das jetzt abzulaufen hat. Ja, und das ist aber auch etwas, wo man dann Freude empfindet. Arbeit zu machen, wenn du denkst, Alter, für was mache ich denn das jetzt? Aber du hast dann einfach genau dasselbe Gefühl, wie wir schon gerade mit dem Lego, weil das hast du gemacht. Das hast du gemacht. was mir jetzt nicht mit Sorge erfüllt, aber wenn man denkt, das ist interessant zu beobachten, wo geht die Reise hin, weil wir freiwillig alle miteinander immer mehr und mehr diese Daseinsmächtigkeit, nämlich das, ich bin meine eigene Struktur, ja, abgeben an andere. und nur weil es bequemer ist und einfacher ist, immer mehr und mehr von unserem, das bin ich Ideenumsetzer, ich könnte ja selber eigentlich auch, immer mehr delegieren für andere. Ja. Und in der Situation sind wir, ob das jetzt, wurscht, ob das jetzt beim Einkaufen ist, beim Bezahlen mit der Karte, bei dem, was soll ich heute machen, ich bin überzeugt, ich bin überzeugt davon, dass es in der Pandemie viele Menschen gegeben, also viele, aber doch einige gegeben hat, die gesagt haben, ich bin froh, dass man am Freitagnachmittag wie im Fernsehen jetzt sagt, was ich am Montag machen darf und was nicht. Ja, weil es eine gewisse Struktur gibt, weil wir ja, weil wir ja, also ich habe das für Freiheit analysiert, also ich rede jetzt nicht so gescheit daher, weil ich das jetzt alles im Kopf habe, sondern weil ich schon zigfach, also nicht nur niedergeschrieben habe, also recherchiert niedergeschrieben und zigfach vorgetragen habe. Kurzform, laut psychologischen Expertisen, die einschlägig sind weltweit, sind rund 98% der Kinder hochbegabt, das heißt Hochbegabung ist eigentlich eine Worthülse für, jeder hat seine eigenen Talente. Wenn das Schulsystem mit einem fertig ist, sind es nur mehr 2%. Wir haben damit 96% Minder- bis Mittelbegabte produziert, wer profitiert davon? Natürlich die kleine Elite, die aber selbst auch vom System total abhängig ist. Das ist ja auch ein Skurril. Die sind ja selber auch amputiert oder auf einem Mindestniveau herunter reduziert worden, weil sonst würden sie sich ja nicht so vom System abhängig machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Schöpferkraft, die wir im Modellbau zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, da empfunden und ausgelebt haben, die wird transformiert, kommt man vor, die Gesamtgesellschaft, bei der Masse, bei der überwiegenden Mehrheit, in eine Opferhaltung. Und das Opfer will unbewusst andauernd in irgendeine Richtung gelenkt werden und dann auch dagegen motzen und das gibt ein bisschen Kraft und dann sucht man sich ja kleine Nischen vom Verbot, ohne dass man das Verbot überhaupt infrage stellt, ohne dass man die künstlichen Grenzen infrage stellt. Mir kommt das vor wie eine Händelbatterie, eine Hühnerbatterie für unsere besonders deutschsprachigen Kollegen in der Bundesrepublik Deutschland, also in einer Hühnerbatterie, da bricht ein Händel aus, fliegt weg, falls du überhaupt noch fliehen kannst und dann schauen die anderen hinterher und meckern, dass es jemand gewagt hat, aus dem Käfig auszubrechen. So kommt man das bei manchen Menschen vor, aber das heißt ja jetzt nicht, dass das eine schlecht oder gut ist. Mein Weg ist eben ein freierer und ich glaube, da sind wir uns einig, bedeutet aber auch die Verantwortung, weil wenn du dein eigener Offizier bist und diese Struktur einhältst, das erfordert viel Selbstdisziplin und da kann, wie du so richtig sagst, nicht jeder mit. Bei mir ist Gott sei Dank die Jasmin auch mit Taktgeberin, auch wenn ich die bin, die nach außen hauptsächlich in Erscheinung tritt, aber unser Haushalt ist bilateral organisiert und ja, auch wir haben eine gewisse Struktur in dem, was wir umsetzen, aber wir nehmen uns dann trotzdem auch manchmal die Dings, und wir sagen so, heute machen wir Ruth. Heute schauen wir uns auf Netflix irgendein Blödsinn an, obwohl eigentlich was anderes am Programm gestanden ist. Also auch diese Freiheit nehmen wir uns. Das ist etwas, oder jetzt scheint die Sonne draußen. Falls du meine Arbeit zu schätzen weißt und mich unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über deinen Förderbeitrag. Den PP-Link findest du in der Beschreibung dieses Videos. Herzlichen Dank! Wir sehen uns beim nächsten Mal! dk Vielen Dank.